Stoppt den Völkermord, wenn ihr könnt, die Menschen in Aleppo sterben, und die Menschheit schweigt, die Kinder sterben und verhungern, wer nichts macht, macht Gift, Frieden für Aleppo, Freiheit für die Welt, Kinder beschützen, statt Kinder vernichten, Waffen liefern, stoppen, Medizin und Nahrung schicken, beendet die Stummheit, sorgt für Menschlichkeit, Hilft den Menschen, wenn ihr Menschen seid, Assad, Iran und Putin, das sind nicht die Guten, das sind Terroristen, wahrlich die Schlimmsten, stoppt den Krieg, stoppt das Töten, in Aleppo, und in Syrien, Aleppo blutet, Aleppo blutet, Aleppo blutet, stoppt den Völkermord, wenn ihr könnt, wenn ihr könnt,